Sie hat einen neuen, Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt. Ehemalige GNTM-Kandidatin hat üble Vermutung. Helene Fischer und ihr langjähriger Freund Florian Silbereisen haben sich getrennt. Sie ist bereits wieder vergeben. Eine Ex-GNTM-Kandidatin hat nun eine böse Vermutung. München, die Nachricht schlug ein wie eine Bombe, Helene Fischer, 34, und Florian Silbereisen, 37, sind getrennt. Vergangenen Mittwochabend berichteten übereinstimmend mehrere Medien über das Liebeshaus. Kurz darauf äußerte sich die Schlagersängerin bereits selbst in einem offenen Brief auf Instagram. Nach zehn Jahren ging die Beziehung in die Brüche, eine tiefe Freundschaft soll geblieben sein. Für die vielen Fans des ehemaligen Traumpars ein schwerer Schock, vor allem, da gleichzeitig klar wurde, Helene Fischer ist bereits wieder vergeben. Was das angeht, hat eine ehemalige Kandidatin der Castingshow Germany's Next Topmodel GNTM, schnell einer üblen Vermutung zugestimmt. Helene Fischer und Florian Silbereisen wollen Freunde bleiben trotz Liebes aus. Über das Privatleben von Helene Fischer gab es immer wieder Gerüchte, vor kurzem spekulierten Fans noch über eine heimliche Hochzeit von ihr und Florian Silbereisen. Auch bezüglich einer möglichen Schwangerschaft wollen Schlager-Anhänger Hinweise gefunden haben. Kaum verwunderlich also, dass die ersten Meldungen über die Trennung des Paares von vielen nicht vervollgenommen wurden, am Abend dann aber die Gewissheit, die Helene Fischer persönlich unter ein Turtelschnappschuss von ihr und Florian schrieb, so traurig wir darüber sind. Dass wir unseren Lebenstraum nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege. Weiter merkt die 34-Jährige an, dass sie und der Club-3-Sänger schon seit längerer Zeit getrennt seien, die Situation jedoch erst für sich ordnen mussten. Auch Florian Silbereisen nahm in einem emotionalen Post auf Facebook Stellung zu der Trennung. Um ihn machen sich die Fans große Sorgen, während er zuversichtlich in die Zukunft blickt. Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche. Weiter spricht er von Plänen, die er und seine Ex, Helene Fischer in heißen Dessau. Extra-Tit.com zeigt das Foto, für die kommenden Jahre haben, wie etwa eine gemeinsame TV-Show. Florian Silbereisen nicht mehr an Helene Fischers Seite, wer ist der Neue? Wer ist der neue Mann an der Seite von Helene Fischer? Dort, wo zehn Jahre lang der beliebte Fernsehmoderator Florian Silbereisen stand, ist nun ein anderer Mann. Mehreren Medienberichten zufolge soll es sich um den Luftakrobaten Thomas Seidel, 33, handeln, der Helene Fischer bei ihren Live-Auftritten immer wieder Halt gab. Zehn Jahre lang turnte der 33-Jährige in den Bundesligen in Deutschland und Frankreich, studierte Sportwissenschaften und Publizistik, gehört nun zu der Tour-Crew von Helene Fischer. Vielen Fans stößt die neue Beziehung der Sängerin bitte auf, das wird vor allem in den sozialen Netzwerken deutlich. Helene Fischer nach Trennung schon wieder vergeben, Ex-GNTM-Girl hat harte Worte. Wow! Ihr wart doch immer das Traumpaar! Zehn Jahre und dann gleich ein neuer Kerl? Jahresspeck Schreibt eine anscheinend enttäuschte Userin. Andere werfen der gebürtigen Russin sogar vor, sie habe Florian Silbereisen betrogen. Ein anderer Instagram-User schreibt einen Kommentar, der von über 500 Menschen geliked wurde, zehn Jahre Beziehung, Treue etc. Aber dann gleich einen neuen Mann an deiner Seite. So tief kann die Liebe nicht gewesen sein. Dieser Meinung sind auch viele Fans und Hater, die ähnlich denken. So auch eine ehemalige Teilnehmerin von GNTM, stimmt. Schreibt Wanderbart Wahl, 33, zu dem Instagram-Kommentar. Sie nahm 2008 an Heidi Klums Modelsuche teil, machte sich seitdem auch einen Namen als Schauspielerin und Musical-Darstellerin. Während die einen sich die Frage stellen, ob die ganze Beziehung etwa doch nur eine reine Piamasche war, finden andere tröstende Worte für das ehemalige Traumpaar, nichts als Liebe für euch. Viel Glück in der Zukunft! Nichts und niemand kann euch nehmen, was ihr hatten und jetzt als Freunde habt. Florian Silbereisen und Helene Fischer hatten bereits angekündigt, sich von negativen Stimmen oder Gerüchten nichts verbauen zu lassen. Am Ende wissen schließlich nur die beiden selbst. Was sie glücklich macht.